Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über ein Thema, das für viele Männer ein großes Fragezeichen darstellt. Nämlich, wie schaffe ich es, sexuelle Spannung aufzubauen? Wie schaffe ich es, ja, sexuelles Verlangen auch bei der Frau für dich aufzubauen? Und das klären wir im heutigen Video. Also geil, dass du wieder da bist. Ganz, ganz elementares Thema. Ein Thema, was ich natürlich immer wieder gefragt werde, ob es auf Coachings ist, ob es von euch hier auf YouTube ist. Im Podcast oder sonst wo. Die Frage, wie schaffst du es, dass die Frau, ja, dass sexuelle Spannung entsteht, dass die Frau dich sexuell will. Und die meisten Männer haben eine absolut falsche Vorstellung davon und ich will dir heute erklären, was wirklich der Punkt ist, auf den es ankommt. Und wir gucken uns heute nicht folgende Faktoren an. Das Aussehen, ob du Geld hast oder irgendwie sowas, also irgendwelche, ja, Statussachen. Natürlich sind das alles Einflussfaktoren. Wenn du gut aussiehst, wenn du ihr Typ bist, ist es natürlich ein großer Faktor. Aber selbst wenn du gut aussiehst und ihr Typ bist, kannst du weniger sexuelle Anziehung bei ihr erzeugen oder mehr sexuelle Anziehung bei ihr erzeugen. Das heißt, das ist natürlich ein Faktor, der mitspielt, der jetzt aber überhaupt nicht wichtig sein soll. Es geht hier um einen anderen Faktor. Es geht hier um den Faktor, der entscheidet, wie viel sexuelle Anziehung wirst du erzeugen oder wirst du eher weniger erzeugen. Und ganz unabhängig davon, wie du jetzt aussiehst und es kann natürlich helfen. Also, worum geht es wirklich oder was ist wirklich der entscheidende Faktor, wenn wir jetzt von sexueller Anziehung oder sexueller Erregung sprechen? Der wichtigste Faktor ist die perfekte Balance zwischen dem Geheimnisvollen und dem Vertrauen. Denn gucken wir uns mal zwei verschiedene Situationen an. Nehmen wir mal an, da ist eine Frau und sie kennt dich in- und auswendig, sie weiß alles über dich, sie kann dich komplett einschätzen, sie kennt dich schon sehr lange. Dann ist es tendenziell, sage ich jetzt, ja, nicht immer, sondern tendenziell so, dass eher weniger sexuelle Anziehung vorhanden ist. Also nehmen wir den gleichen Mann, nehmen wir dich, so wie du jetzt bist und eine Frau, mit der du schläfst. Und jetzt nehmen wir an, diese Frau kennt dich schon sehr lange, kann dich gut einschätzen und weiß im Grunde alles über dich. Das wird dazu führen, dass dadurch, dass ihr euch sehr vertraut seid, etwas weniger sexuelle Spannung und Anziehung vorhanden sein wird. Ich sage nicht, dass ihr dann keinen Sex mehr habt, das ist ja Quatsch, aber weniger als wenn, und jetzt gucken wir uns das Gegenteil mal an, als wenn das Geheimnisvolle noch da ist. Sie weiß nicht so genau, wer bist du, kann sie dich, ja, kann sie dich kriegen, willst du denn mit ihr schlafen oder sie ist sich vielleicht nicht sicher, was deine Signale bedeuten. Sie ist sich einfach nicht ganz sicher, sie kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, was hier gerade passiert und ob sie dich quasi schon mit ihren weiblichen Fähigkeiten für sich gewonnen hat. Und dieses Mysterium, dieses Fragezeichen, dieses Geheimnis, was dahinter steckt oder hintersteht hinter diesen Fragen, da kommen wir gleich genauer zu, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der sexuelle Anziehung, ja, entstehen lässt. Und da kann es tatsächlich so sein, dass eine Frau, die vielleicht generell sagen würde, hey, ist jetzt optisch nicht so mein Typ, trotzdem sich sexuell von dir angezogen fühlt, weil da eben dieses große Geheimnis ist. Natürlich muss ein gewisses Interesse vorhanden sein, weil sonst wird sie dir gar nicht zuhören und dann hast du keine Möglichkeit, überhaupt mit dieser Sache zu arbeiten. Das heißt, was es hier zu tun gibt oder was man lernen muss und das ist wirklich eine Kunst, ist die perfekte Balance zwischen diesen beiden Aspekten. Denn wenn die Frau dich jetzt so gar nicht einschätzen kann, wenn wirklich nur ein Fragezeichen da ist, komplett, dann kann es auch sein, dass, ja, die Situation zu großes Fragezeichen ist, dass sie dir zu wenig vertraut, dich zu wenig einschätzen kann und das kann dann dafür sorgen, dass sie sich nicht sicher ist, ob sie das tun sollte. Es sollte schon, also es muss an dem Punkt sein, dass sie weiß, okay, es wird ihr jetzt nichts mit dir passieren, weil das könnte ja sein. Wenn sie dich nicht einschätzen kann, könntest du ja der Axtmörder, der Massenmörder sein und dann ist es natürlich schwierig. Gleichzeitig ist aber auch dieses Unbekannte sehr anregend und du musst dir wirklich die perfekte Balance finden zwischen, sie merkt schon, dass du ein normaler, cooler Typ bist, aber das war es dann auch. Viel mehr weiß sie nicht. Also sie merkt, oh, cool, das ist ein entspannter, cooler Typ, der kommt irgendwie mit den Leuten aus, der ist vielleicht beliebt bei anderen Männern oder bei Frauen und das macht dich gleich sehr interessant und auch vertrauenswürdig, weil andere Leute kennen dich bereits und andere Leute haben dich anscheinend als vertrauenswürdig eingestuft, deswegen kann sie das auch schon mal machen. Aber dann geht es eben darum, wie viel Geheimnis ist da? Und da ist der Punkt, wo viele Männer Fehler machen auf ersten Dates beim Kennenlernen und direkt alles erzählen. Also direkt der Frau quasi ein Buch geben, ihr Tagebuch, hier, lies es dir mal durch, ich erzähle dir gleich alles über mich. Und das kann man natürlich machen, aber das führt eben mehr zu dieser rechten Seite, zu der sie kennt dich sehr gut, sie kann dich sehr gut einschätzen Seite. Und das ist nichts Schlechtes, das baut natürlich Vertrauen auf und auf Vertrauen kann man sowas wie Freundschaften aufbauen, aber auch Beziehungen. Nur wenn wir jetzt rein von sexueller Anziehung und der Intensität der sexuellen Anziehung sprechen, dann müssen wir uns eher hier in diesem Spektrum bewegen. Da müssen wir uns eher hier in diesem Spektrum bewegen, was bedeutet, dass du ja ein bisschen flirten kannst, ein bisschen spielen kannst, das Spiel spielen kannst mit der Frau, den Flirt spielen kannst mit der Frau und ihr vielleicht optimalerweise auch nicht sofort alles verrätst, ihr nicht auf jede Frage eine Antwort gibst. Und wovon ich hier abraten würde, ist, das mache ich nicht, das musst du natürlich für dich selbst entscheiden, ich würde nicht lügen. Das heißt, wenn eine Frau mich direkt was fragt, dann kriegt sie auch eine Antwort von mir, ich würde sie dann nicht lügen. Aber ich kann natürlich die Frage nicht beantworten. Ich habe ja keine Verpflichtung dazu, irgendwem eine Frage zu beantworten. Das muss ich ja nicht. Das mag lieber ein Gebot der Höflichkeit vorkommen und das ist es in einem normalen sozialen Kontext auch. Aber in einem Flirt-Kontext ist dieses, hey, ich sage dir, verrate dir nicht gleich alles über mich, ich beantworte dir nicht jede Frage, eher ein Flirtelement. Denn wir wollen hier ja nicht mit Höflichkeit arbeiten. Es geht beim Flirten nicht um Höflichkeit, sondern es geht um diese Spannung, um dieses geheimnisvolle Fragezeichen. Das heißt, wenn die Frau mich etwas fragt, ich würde sie nicht anlügen, das finde ich behindert. Also ich habe Freunde, die zum Beispiel ihr Alter verstellen, wenn sie mit Frauen reden, tun sie, ob sie jünger oder älter werden, je nachdem, wie alt die Frau ist. Und das finde ich halt voll, also da habe ich keinen Bock drauf, das wäre echt zu blöd. Das würde ich niemals machen. Aber ich muss halt nicht jede Information preisgeben oder sagen wir mal so, nicht jede Information sofort preisgeben. Ich kann sozusagen die Frau auch ein bisschen für die Information arbeiten lassen. Und verstehe das hier jetzt an der Stelle nicht falsch. Dieses die Frau für die Information arbeiten lassen, das klingt vielleicht ein bisschen fies für dich. Ist es aber überhaupt nicht, denn die Frau hat eben auch Spaß daran. Die Frau hat Spaß daran, so ein bisschen was über den Mann mit ihrer eigenen weiblichen Intuition herauszufinden. Das möchte sie sogar. Eine Frau möchte nicht alles von dir auf dem Silbertablett serviert bekommen haben, sondern eine Frau möchte ja auch ein bisschen das Geheimnis dieses Mannes entschlüsseln. Das macht der Frau Spaß. Das macht den meisten normalen Frauen Spaß. Natürlich gibt es hier auch wieder Ausnahmen. Es gibt Frauen, die so ein bisschen mehr auf dieser maskulinen Seite unterwegs sind und die vielleicht ein bisschen mehr mit direkten Informationen arbeiten können. Aber generell macht es den meisten Frauen Spaß, wenn sie so ein bisschen ihre weibliche Intuition nutzen können, um etwas über dich herauszufinden, um die Wahrheit über dich herauszufinden. Und das setzt eben voraus, dass du ihnen nicht sofort alles verrätst. Dass du auch mal Fragen, die die Frau dir stellst, mit irgendwelchen ironischen oder sarkastischen Antworten beantwortest und ihr zu verstehen gibst, hey, so leicht nicht. Ja, dass es so eine Art auch Spiel ist. Und es ist nicht ein Spiel im Sinne von, und das muss ich ganz klar hier voneinander trennen, es ist nicht ein Spiel im Sinne von, ich verarsche dich oder so, ich spiele mit dir, sondern es ist ein Spiel, wir flirten zusammen. Das ist ein Spiel. Das Spiel spielt man nicht, um den anderen zu manipulieren, sondern um gemeinsam Spaß zu haben. Wie gesagt, es gibt Frauen, die können damit nicht arbeiten, die haben da keine Lust drauf. Und das ist ja auch okay, dann musst du mit denen ja nicht flirten. Ganz einfache Gleichung. Aber normalerweise hat die Frau auch Lust auf dieses Spiel, auf diesen Flirt. Und es ist eben ein Spiel zum gemeinsamen Spaß. Und das dazu dient, diese Spannung aufzubauen. Und das baut eben Spannung auf. Es ist dieses, oh mein Gott, er gefällt mir schon, aber gefall ich ihm. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Er sagt es ja auch nicht so ganz genau. Ach, ich weiß das noch nicht über ihn. Ich kann das natürlich ganz einschätzen. Und einer der stärksten Kräfte, die du nutzen kannst im Flirt, ist, dass die Frau sich ja ihre eigenen Gedanken machen kann, ihre eigenen Bilder machen kann. Also es ist viel effektiver, wenn die Frau sich so ein Bild von dir macht, weil sie die Informationen nicht hat, statt dass du ihr Informationen gibst und sie sich dann ja das reale Bild machen kann. Und das kann eben ganz stark dazu beitragen, dass du hier auf dieser mysteriösen Spannungsseite landest. Und du wirst auch merken, das wird dir auch mehr Spaß machen. Das wird sich für dich auch mehr wie ein Flirt anfühlen. Wenn du mal öfter mal mit Frauen geflirtet hast, dann wirst du sicherlich mal Gespräche gehabt haben, die eher so auf dieser Seite liegen, wo es eher so wirklich Informationsaustausch ist. Das ist an sich kein Problem. Nur ist es halt auch nicht so spannend. Es macht dir vielleicht nicht so viel Spaß. Es macht ihr vielleicht nicht so viel Spaß. Weil, mein Gott, deine Lebensgeschichte hast du dann irgendwann dann auch den Leuten zehnmal erzählt. Und ja, das nochmal zu erzählen, macht dir dann wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß. Aber wenn du hier auf dieser spielerischen Seite unterwegs bist, und ich finde, darum geht es beim Flirten. Ich finde, darum geht es auch im Umgang mit Frauen, einfach Spaß zu haben natürlich in der Kommunikation. Wenn du hier auf dieser Seite unterwegs bist, dann wirst du merken, okay, cool, das macht mir richtig Bock. Das macht Spaß. Ich habe Lust, noch weiter zu flirten. Ich habe Lust, noch mehr Frauen anzusprechen. Und das kann übrigens auch dafür sorgen, dass du solche Probleme wie Ansprechangst überwindest, weil du halt eine neue Motivation hast. Weil du halt merkst, okay, das macht mir richtig Bock. Ich habe richtig Lust darauf. Let's go. Lass uns flirten. Lass uns Frauen kennenlernen. Wie gesagt, das Geheimnisvolle. Und da fallen dann auch so klassische Pick-up-Techniken rein. So ein bisschen wie dieses Cocky and Funny, dieses CNF. Wenn dir das was sagt, dass du so ein bisschen, ja, das ist natürlich auch ein bisschen, zeigt, hey, ich habe ein bisschen Eier, dass ich dir nicht jede Frage sofort beantworte. Oder sieh mal ein bisschen next. Oder sieh mal ein bisschen herausforderst. Einfach so, hey, oh cool, erzähl mal was. Warum bist du denn cool? Warum sollte ich mit dir reden? Nicht im Sinne von, warum sollte ich mit dir reden, du minderwertiges Stück. Sondern im Sinne von, warum sollte ich mit dir reden, spielerisch. Das ist eine spielerische Sache. So, okay, oh cool. Okay, überzeug mich mal, dass ich noch hierbleiben sollte. Du stehst mit ihr in der Bahn. Also, überzeug mich mal, dass ich noch hierbleiben sollte. Und dann spielst du vielleicht ein bisschen mit, qualifiziert sich ein bisschen bei dir. Das ist alles Teil des Spiels. Das ist nicht dazu gedacht, irgendwelche Leute niederzumachen oder so. Das ist ein Spiel, was in beide Richtungen funktioniert. Und was dann eben diese Spannung, diese Sexuelspannung aufbaut. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt. Und einer der größten Fehler, die Männer machen generell, ich habe ja immer wieder Männer bei mir im Coaching, einer der größten Fehler, die Männer machen generell, ist, dass die einfach alles über sich preisgeben, sofort. Und dann selbst merken, so spannend war das Gespräch jetzt nicht. Und sie denkt sich auch, okay, cool, ich habe ihn kennengelernt, schön. Vielleicht sehe ich ihn auch wieder, vielleicht schlafe ich auch mit ihm. Aber, oder vielleicht kommen wir auch zusammen. Das ist alles möglich, verstehe mich nicht falsch. Also, ich sage nicht, boah, das muss unbedingt passieren, sonst wird das nichts. Das ist nicht die Aussage. Nur, das kann das Ganze viel, viel spannender machen. Das baut wirklich diese sexuelle Spannung auf, die sich dann auch natürlich im deutlich intensiveren Sex entladen kann. Und in allgemeiner, deutlich intensiveren Zusammensein, sage ich mal. Deswegen ganz, ganz wichtig, dieses Geheimnisvolle, diesen Ausgleich zu finden zwischen dem Geheimnisvollen und natürlich auch dem Grundvertrauen, dass sie weiß, okay, es ist kein Axtmörder. Das ist die wahre Kunst des Flirtens und das unterscheidet einen Profi-Flirter, wenn du so willst, von einem Anfänger. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden, dieses Konzept. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreibst du mir gerne in die Kommentare, ansonsten geil, dass du hier warst. Oben links kannst du den Channel abonnieren, auch die Glocke drücken, wenn du das noch nicht gemacht hast. Hier unter mir kannst du dich für einen der Coaching-Plätze im neuen Jahr bewerben. Die ersten sind jetzt schon belegt, aber ich öffne bald die für die kommenden Monate. Und hier unten rechts kommst du zu einem weiteren Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg und Frauen. Schau da unbedingt vorbei. Wir sehen uns immer morgen wieder. Bis dahin. Ciao.